Danke fürs Einschalten und willkommen, Freunde der gepflegten China-Android-Smartphones. Ja, das Warten hat ein Ende und nach ein paar Wochen oder gar Monaten sind also nun alle Xiaomi Mi 8 Farben schwarz, weiß, gold und blau verfügbar. Und das Tolle auch noch, endlich gibt es die Firmware in der mehrsprachigen Version. Ja, wir schauen uns heute quasi mal die Geräte ganz kurz im Color-Update an, denn das Unboxing und Hands-on-Video findet ihr bereits auf unserem Kanal oder eben auch hier direkt in der Videobeschreibung. Ja, das Xiaomi Mi 8 Flaggschiff des Jahres 2018 ist also da, pünktlich zum 8-jährigen Jubiläum, wurde auch ganz dezent. Und direkt mal die Mi 7 Reihe übersprungen, also wir haben hier das Gerät in blau, mit blauem Rahmen. Wir wollen euch heute einfach nur mal diese Farboptionen ein bisschen näher bringen, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, was euch dann zu Hause erwartet. Ja, dann hier die ganze Version in Gold, ihr seht auch hier Kamerasensoren in Gold umrahmt, genauso wie der Fingerabdrucksensor hier und auch der Metallrahmen ein bisschen in anderer Farbe. Sieht ein bisschen mehr Rose Gold mäßig aus als Gold, aber okay. Dann hier auch die Farbe Weiß, silberne Umrahmung hier von Kamerasensoren und Fingerabdrucksensor und auch der Rahmen selbst ist in Weiß gehalten. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt das schwarze Mi 8. Ja, sieht auch klasse aus, also hier komplett in schwarz gehalten, auch die Umrahmung um die Kamerasensoren sowie den Fingerabdrucksensor selbst. Vorderseitig, schaut es euch an, ja, alle Geräte also mit schwarzen, nearly bezel-less Notch-Display. Okay, und so sehen dann eben die Geräte hier aus. Wir haben hier auch, wie gesagt, mehrsprachige ROM bereits vorinstalliert, MIUI Global ROM 9.5 Stable. Also das Ganze gibt es dann ab sofort für euch zu Hause da draußen, unter anderem mit dem Google Play Store und anderen G-Apps hier bei uns im CECT Shop zu bestellen und zu kaufen. Ihr habt weitere Fragen zum Xiaomi Mi 8, kein Problem, einfach einen Kommentar hinterlassen, hier unter dem Video. Weitere Infos zum Mi 8 und anderen Smartphones findet ihr wie immer bei uns im Online-Shop unter cect-shop.com. Freunde, danke fürs Zuschauen, nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer CECT Shop.